Hi YouTube, was geht ab? Ich habe letztens mit 100 meiner Zuschauer um 1000 Euro Minecraft Hide and Seek gespielt. Das Ganze war wirklich insane witzig. Ey Kevin, verpiss dich! Ich hasse diese Community so sehr. Wenn euch das Ganze also gefällt, Freunde, lass gerne einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Mein Ziel ist es, dass ich jeden von euch hole und die 1000 Euro einfach behalte. Das ist der Plan. Dicke, die haben Skins angepasst. Bro, was? Alter, hier sind ein paar Leute mit Dirt Skin. Genial! Die brauchen das Cash aber unbedingt. Okay, ja, let's go. Ey Bruder, du stehst legit am Spawn. Ich glaube nicht, dass du smart bist. Dicke, bin ich das? Ist das ein Bild von mir? Okay, Bruder. Dicke, macht hier Screenshots, Jungs? Das ist nicht GOMA-HD-Screenshot-Box. Was geht jetzt ab? Geht in eure Verstecke, ihr Vollidioten. Warum Sponsoren Red Bull und Gillette einen unsportlichen Mann ohne Bartwuchs? Don't get it. Ich kann es nur oft genug sagen, okay? Wenn man einen schlechten Bartwuchs hat, ist doch der Rasierer, zum Beispiel der von Gillette, Gillette Labs, ja noch wichtiger, okay? Weil wenn du einen geilen Bartwuchs hast, kannst du ihn einfach wachsen lassen. Wenn er aber kacke aussieht, musst du ihn wegmachen. Und da kommt mein Bart in der Gillette ins Spiel. Kurze PowerPoint-Präsentation über diesen Rasierer. Es ist mein Favorite-Rasierer. Wegen diesem wundervollen Reinigungselement. Weil ich habe die Haut von einem 13-Jährigen, der in der Pubertät steckt tatsächlich. Ich habe immer sehr, sehr unreine Haut. Und das hilft, dass das nicht ganz so krass ist. Weil ich habe immer übelst die, ja, so ein bisschen so Ausschlag, genau. Und das vermindert das. Das und halt die richtige Creme. Halt! In dem Sinne vorne, rein in die Masse. Alright! Dicker, was? Oh, hier ist einer! Boom, easy. Einen haben wir raus. Das ist der erste Chat. Erstkirche? Der Kirche? Ja. Dicker, ihr macht Call-out? Was ist das? Dicker, Erstkirche. Bro, das ist übelst geil. Dicker! Ey! Bro! Der arme, Digga! Die haben einen Perk, dass sie sich random tauschen können. Wo sind die? Sind die oben? Also, Kevin, nur so als kleinen Zit. Man kann sich auch hinter Trap-Dos fischen. Also... Hä? Dicker, wie am Snitchen ist. Nee, ich muss so viel, wie ich will, Mann. Was ist hier? Ich nehme mal noch eine Chance. Ich laufe gleich zu Kevin und swap dich, Junge, Halt's Maul. Bruder, ist das geil Toxic, ich lieb's. Oh, da ist einer. Den hole ich mir. Boom, okay, nice. Eier kraulen ist raus. Warte mal, man kann halt sowas machen, ne? Oh! Bro, rein theoretisch hätte jemand hier drin sein können. Oh mein Gott, das ist ja übelst OP. Okay, hier ist eine Riesenburg. Wenn ich ein Spieler wäre, würde ich mich hier in dieser Burg verstecken. Wir gehen hier in die Burg rein. Hallo? Oh, ist hier wer? Nein. Hallo? Geh mal weg. Bye, bye. Stunten. Pst. Oh, was geht jetzt? Oh nein, die haben mich blind gemacht, die Wichser. Kevin, du bist geil, die Wichser. Ist das geil. Oh! Okay, ist hier wer? Oh! Ihr Lose. Oh mein Gott, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es so gut wird. Holy shit. Kuckuck. Okay, was die jetzt halt nicht wissen. Ich fliege jetzt einfach hier hoch. Okay, als ob hier oben keiner ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh. Oh, ihr Vollidioten. Easy. Okay. Okay, wir move mal weiter. Wir move mal weiter. My baby. War das keine Luciano-Line? Okay, okay. Oh mein Gott. Nice. Wundervoll. Okay, das ist gut zu wissen. Moin. Das ist so ehrenlos. Also dafür, dass du schon drei Jump-and-Rance gehostet hast, ist dein Move ein ziemlich goofy-goof, Leute. Jimbo ist. Digga, als ob hier keiner ist. Ich denke jedes Mal, wenn ich so ein Versteck finde, oh mein Gott, hier ist einer. Und dann ist da niemand. Wo seid ihr? Direkt neben dir, Junge. Ruhe, bitte. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. War da gerade jemand? Oh, ich habe Leuchten. Digga, hier ist niemand. Oh, die Jungs facken mich so ab. Wir müssen loslassen hier. Oh mein Gott, das triggert so hart. Oh. Wichtig. Ich glaube, der eine wurde gerade getauscht. Eine Sekunde vorher. Digga, lass das Ding, ne? Du kannst das beste Versteck haben. Wenn du getauscht wirst kurz vorher, ist over. Yeah. Ey, kuss an den, der geswitcht hat. Ich schwör. Kuss dein Herz. Oh mein Gott, big. Guck mal, die Jungs denken, die sind safe, aber sind sie nicht. Holy shit, das war ein big Hit. Aber das war Nico. Oh mein Gott, warum macht der mit? Kevin, die sind alle im Labyrinth. Alle im Labyrinth. Er snitcht. Oh nein, ich habe kein Fliegen. Oh mein Gott, ich muss jetzt aus dem Labyrinth raus. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Hey, Lob, brauchst du Hilfe? Mach mal ein bisschen Magic. Danke. Digga, das hat zwei Anläufe gebraucht. Ey, Chad, ich weiß nicht, ob ich das gerade fühle. Ich finde es übergeil. Okay, wir müssen das unbedingt nochmal wiederholen, Junge. Das ist ja übergeil. Dann aber mit so 5000 Highland. Ja, vielleicht kriegen wir den Server nochmal mit so... Halic, Quinn, Psycho, Bitch, Driller, like. Digga. Es ist immer hier. Skrrr. Ich habe das Gefühl, hier geht es irgendwo ins Wasser runter oder so. Checkt ihr? Oh. Boom. Alter, ihr Buster, auch Longtime Viewer. Der hat es verdient zu sterben. Also ingehm. Oh mein Gott, warte mal. Da sind welche. Ich glaube, der Kollege wurde gerade geswitcht, die arme Sau. Deswegen hat er, glaube ich, gerade den Fallschaden bekommen. Oh. Wen haben wir denn hier? So, okay, wundervoll. Meint ihr, hier ist noch jemand in dem Baum? Nein. Ja, ich glaube doch. All right, boom. Hier ist aber noch einer, glaube ich. Das war mehr als eine Stimme. Den einen Arzt aus dem Baum. Willst du dich jetzt schon switchen oder soll ich erst hochkommen? Vom Ding her. Ich warte bis gleich Sekunden. Ja, okay, gut. Ich werde erstmal Jump'n'Run schaffen, Kollege. Ist das toxic. Digga, der hat mich zu hart getriggert. So, und jetzt? Ist jetzt hier noch jemand? Ich bin so schlecht. Oh mein Gott. Okay, Rerap, wird hier noch einer sein? Ich bin immer noch im Baum, wie gesagt. Mann, Digga, er fackt mich so ab. Er fackt mich so ab. Ey, Digga, er nervt so, Mann. Er nervt so krass. Zum Teil komme ich nicht mehr raus, ne? Digga, ich muss ihn da lassen. Komm schon nicht mehr hoch mit der Borde. Ich muss ihn halt da lassen. Ja, ich komme da nicht hoch. Aber er kommt auch nicht raus. Bestimmt vergleich. Ich habe noch ein paar Switches. Wie er sagt. Richtig stolz. Noch ein paar Switches. Digga, da wird einfach jemand gleich grepieren da einfach so. geswitcht und steht dann einfach da so, getrapped in so einem Baum. Kevin. Ich brauche fliegen, ich brauche fliegen. Ich brauche fliegen. Einer ist oben auf dem Baum. Kevin, du geile Sau. Und ich sehe da oben. Kevin, geh mal weg jetzt, Beauty, Beauty. Wann kommt neue Meister vor? Ey, Kevin, verpiss dich. Kevin, verpiss dich. Ich hasse diese Community so sehr. Ich stehe auf Tränze. Wie viele sind hier, Bro? Er ist oben, er ist oben, er ist oben. Okay, jetzt droppe ich runter. Das ist der smarte Play. Und jetzt gehe ich raus. Damit rechnet keiner. Okay, der wird gehandelt, der Kollege da hinten. Loser. Es ist legit. Oh nein, ich bin verloren, oder? Scheiße, Dicker. Ich bin ja über Müll. Ey, Alter, wir sind seit 40 Minuten. Mach nicht den. Mann, Junge. Zieh ich ab? Was ist hier? Willst du rauskommen, oder soll ich reinkommen? Okay. PP-Gepaul, Junge. Mach nicht den. Oh, Mann, ey. Ich habe halt so Angst, dass ich Dinge nicht double checke, weil ich denke, ja, da war ich schon. Aber die Leute können ja moven die ganze Zeit, dass ich irgendwas übersehe. Oh. Hallo. Der arme Dinger. Ist das ehrenlos. Ich finde es doch geil, wie es einfach um 1000 Euro geht und Leute trotzdem so shit machen. Hier gibt es Geld zu gewinnen? Ihr werdet bezahlt hierfür? Hier sind halt hundertprozentig irgendwelche Arzen, ne? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Habt ihr gesehen? Last second switch. Du bist zugeholt, ne? Komm her. Ich habe Leines gemacht, damit der Typ entkommt. Let's go. Ja, hat übelst gut funktionieren, Digga. Bro! Double switch! Double switcher! Alter, Junge. Wie lucky. Oh, mein Gott. Da sehe ich doch einen, oder? Sind es da um Spieler, oder? Oh, nein. Ich wurde geswitcht, das ist unfair. Digga, das ist hier unfair, Bro. Du spielst gerade Minecraft und kannst 1000 Euro gewinnen, Junge. Junge, ihr fackt mich so ab. For real, Alter. Oh, mein Gott, Junge. Digga, das ist so frech. Okay, ich wurde DP'd. Bitte, warte, warte, warte. Oh, Mann, ey. Ich liebe es so sehr. Es macht zu viel Spaß. Dieses Battlen ist einfach so geil. Und dann einfach den Links-Link einfach zu drücken und die einfach wegzunutzen. Es ist einfach der beste Part meines Jobs. For real. Ey. Ich denke mal, hier ist jemand im Baum drin. Skrrr. Bo, 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 bo. Okay, nice. Wir sind jetzt bei 30, glaube ich. Ja, 30 Leute noch. 17 Minuten, 30. Ich muss jetzt alle 30 Sekunden jemanden finden. Boom, da ist schon mal jemand. Bitte nicht. Boah, der hätte mir viel zu lange gedauert, gerade. Okay, wir machen jetzt was, womit niemand rechnet. Wir fliegen auf die andere Seite der Map schnell. Da. Drei Spieler. Digga, nee. Ich habe jetzt nicht zwei Leute verloren. Wo ist er, Bro? Junge, der sieht dich nicht auf dem Baum. Der sieht dich nicht auf dem Baum. Also vermutlich ist einer auf dem Baum, right? Ah, ich sehe einen da oben. Nein, 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 der oben. Ich bin nicht auf dem Baum. Oh mein Gott, der arme. Digga, er wurde gerade geswitcht noch. Oh, den habe ich vorhin schon gesehen. Der wollte switchen vorhin. Oh mein Gott, er ist wieder davon gekommen. Alter, Junge, crazy. Okay. Warte mal, einer ist runtergefahren. Ich bin nachher schauen. Ihr Wichser, Alter. Warte mal, hier klickt doch irgendwer. Hier ist doch wer. Warte mal, hier in der Honeycomb ist einer. Und jetzt, was machen wir jetzt? Ey, ey. Chill, chill, chill. Ich wunsch. All right, chat. Einen noch, dann sind wir unter 20. Okay, wir haben eine Minute, chat. Ich will einen noch haben, dann wären wir unter 20. Mutter! Nice, wir haben noch einen. Let's go. Let's go. Let's go. Wir sind unter 19, chat. Big, 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 big. Hier ist die letzte Haustür von dem Haus. Uff los. Oh, hier. Ist das scheiße. Oh mein Gott. Nice. Junge Killing Spree auf einmal. Hört ihr mich? Oh, hier ist einer. Oh, ich wurde geswappt, der Arme, Dicke. Okay, 16, 16, 16. Zehn Sekunden noch, zehn Sekunden noch. All right, wer die Eier hat, kommt raus. Oh mein Gott. Er ist in der letzten Sekunde gestorben. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hey, congrats, Männer. Congrats. Und kostet mal den 1.000 Euro. Ich will auch 1.000. All right, viel Erfolg, Männer. Perfekt. Das war der falsche Backen. Hey, sind schon welche gestorben? Nee, ne? Wenn die sterben, respawn die. Okay. Like I said. Ah, ach so, sorry. Das habe ich mir nicht gehört. Ah, und hier wollen die hin. Okay. Oh, Bob, der Baumeister. Come on. Oh, Bob, der Baumeister. Ein dickes Schwert. Nice. Epicrit. Wer ist ein Bob, der Baumeister? Ich habe Joghurt im Rucksack. Ich habe Joghurt im Rucksack. Oh, Mann. Ich bin schon wieder tot jetzt. Nichts lang. Die Jungs feiern das gerade. Die sind so stuck. Ey, die Jungs kommen nie in die Mitte. Holy. Oh, shit. Oh, shit. Die sind sehr, sehr mittig hier. Oha. Big Squad. Okay. Der erste hat es geschafft. Der erste hat es geschafft. Der erste hat es geschafft. Pinky, Bro. Holy shit. Freunde. Pinky hat 500 Euro. Der nächste kommt. 500 Euro. No fun. 300 Euro. Holy shit. GG. Okay. Einer kann auch 200 Tacken holen jetzt. Weißbrot. Weißbrot der dritte. Oh, mein Gott. Sick of Hate bekommt nichts. Suzuki bekommt nichts. Oh, mein Gott. GG's. Holy shit. Freunde. An der Stelle. Dickes Papalentscheidung im Chat, Freunde. Für Banco und die ganzen, die mitgebaut haben. Richtig geil. Und natürlich an Gillette fürs unterstützen, Freunde. Ist das ein YouTube Video? Äh, ihr könnt, äh, ihr könnt ein YouTube Outro machen, wenn ihr wollt. Oh, ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das wird so geil. Und ihr habt ein Like-Abo. So, lasst ein Abo da. Die Glocke aktivieren. Longer. Longer. 15.000. Longer. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Alright, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Glocke nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.